Hallo, es kommt zu einer neuen Folge von Möge 1 und 2, Folge 32, wir haben jetzt den Spiegel von Antiquitäten und wir bekommen, wir gehen jetzt zu der Peine, wir gehen da wieder vor die Häuschen und wir tun dann das Video, wo wir Bilder haben, und dann schauen wir mal weiter. Aber bis heute geht er gerade, haben wir es nicht daran. Ich brauche einen Empty Frame. Ich brauche einen Einfruck. Der Filme wird mit dem Spiegel verbunden. Wir lassen uns nur noches Mal. Wir machen die Unterlesung. Ich brauche einen Schlagzeug. Ich brauche die Unterlesung, auf den Spieler. Ich brauche sie gleich wieder. Bitte! Bitte! Ah! Ah, okay! Man muss halt mal gucken in der Flashpoint. Woah! Ah, diesmal kann man das runter. Gee, I still can't make heads or tails of it. I think I need an expert. Äh, jetzt müssen wir... Jetzt haben wir die vier Kartenteile. Jetzt müssen wir zum... Na, Skeppern. Jetzt müssen wir zum Handsteil. Da rein und sch Hail! Wo Chuack, mentre Sie es sind würde? Nehm, kommt dem Weck. Stopp. Torn zu Vader? Danke. Oh, Schick, Arik. Fung Qu Judith. Dann habe ich schlecht. Der Bade ist, dass Guybrush hat das letzte Stück auf dem Map gefunden. Der Bade ist, dass ich ein Plan kann nicht verlieren. Ah! Sie sehen, er muss den Map zu einem Kartografer nehmen. Ich werde ihn auswählen. Wenn Ihr Plan verliert... Es wird nicht, Voodoo Lordship. So, ich weiß nicht, was ich will. So, ich weiß nicht, was ich will. Oh no! Es sagt, Woody. Ich bin hier immer wieder. Rats! Was ist das? Ich kann nicht mehr sehen. All ich will ist mein Monocle. Ich werde nie werden können. Ich bin so ein Dope. Es stinkt! Das funktioniert nicht. Ich bin so ein Dope. Was ist das? Ich kann nicht ein Ding. All ich will ist mein Monocle. Ich gehe für Hilfe. Aber ich bin afraid zu gehen wie das. Ich werde nicht mehr können. Ah! Das funktioniert. Danke. Was ist das? A Map? Hm. Looks like only part of a map. I've got the rest of it right here. Hm. Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Go to the International House of Mojo and ask the fortune teller if my love potion's ready. Okay. I'll try to have this done for you when you come back. I'll try to have this done for you when you come back. I'll try to have this done for you. Some zong. Mhm! Mhm! Untertitelung des ZDF, 2020 Bark again, Mr. Threepwood? Wally sent me to pick up some love potion. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Wait, I just felt a sudden disturbance in the force. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble, and I think LeChuck has something to do with it. Uh-oh. I better go check. I've got a problem. What does it do? What does it do? I think there's something moving in here. Hey Rich, I sure could use a hand with this one. Looks like another box of live snakes. Sounds like it too. Well, let's get it on the truck. In the small crate of voodoo supplies that would be his home for the next five days and nights, Guybrush is forced to eat bat lungs and eel bladders to stay alive. Eventually, Guybrush and the rest of the slithering cargo are delivered to the very doorstep of the Caribbean's most fearsome villain, living or dead, the ghost pirate, LeChuck. Ah, LeChuck's crate of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far and... You guys bucking for a tip? Well, we figured since... Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee, what a butt. Eek, I hate snakes. You going? Eek, I hate snakes. You guy's porter when you do a blast, he's just going around it. Eek, I YOU PURR USE. Eek, I think this will be a good issue. Es ist Wally! Wally! Herr Brush, ist das du? Ist dir alles gut? Es war schrecklich. Sie haben mich in meine Bücher gebracht. Sie haben mich hier in eine Duffel-Bag. Sie haben mich hier in eine Duffel-Bag interrogiert. Dann haben sie... Sie... Was? Was? Sie haben meine Monocle weggebracht. Sie haben mich in eine Zeit, Wally. Was ist das? Oh, LeChuck hat es. Aber wer geht? Wer geht? Ja, ich habe das ganze Zeit, bevor er hat es. Es ist auf einer islanden Dinkie, nicht zu weit von hier. After Sie mich aus hierher, Sie können wir da und gehen. Ich habe etwas zu sagen, über Ihre Monocle. Dred stole es. Oh, Knew es. Er hat immer mein Intellektuelles Gefühl. Hehehehe. Dred, der eine, Dred. Okay, stand back. I'm going to bust down the door. What are you, nuts? Go get the key. He probably keeps it in his office down the hall. Could you please stop that annoying swinging? Sorry. I'm going to go get that key. Okey-doke. Gibt es denn sonst noch was? Nee. I'm going to freak out. No. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice! 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 Amen. Amen. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Old skunk eye. Kiss me, I've got scurvy. Rippen, Rippenknochen, Beinknochen und Hüfteknochen. Da sind Hüfte, da sind Arme und Rippen. Hüfte, Arme, Kopf, Kopf. Hüfte, Arme, Kopf, Kopf. Just to let the chuck know where I am? No thanks. Thanks. Bye. TINA Arzt. Jetzt weiß ich, wie beide sind. Nein, hallo? Ja. Die Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing is way too technical for me. Let's see here. There are some matches in here. And something that says Love Bomb on it. Instructions. One, light fuse. Two, throw at target. Three, get ready for love. Close cover before striking. No. I want to save it for Elaine. I'm no pyromaniac. I don't think it was meant for that. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020